Freunde, in solchen Momenten gibt es nur eine richtige Cap. Bruder, die passt doch heute zum Outfit. Junge, hach, du heilige Scheiße, Digga. Bruder, direkt von einer 5 auf eine 0. Das sieht doch krass aus. Zeig mal, mach mal ganz kurz, komm. Ja, Junge, wenn du so da stehst, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, dann musst du ja mal ein bisschen Ausstrahlung haben. Stell dich da mal hin, sei mal selbstlos, sag mal in die Kamera. Ja, ich bin Boss, ich bin Boss, yeah. Ich bin Papa Platte, Mann. Ja, ich bin POP, yeah. Get on my level, yo, yo, yo. Direkt um ein, zwei Punkte nach oben. Jetzt geh mal, du musst mal jetzt auf deine... Weil Menschen, die ihre Cap so tragen, haben die Kontrolle verloren. Nein, komm, sei mal jetzt auch mit... Trag die Cap so und sei trotzdem krass. Tu so, als ob du der Krasseste bist. Zeig mal, zeig in die Cam deinen krassesten Blick. Du willst einfach jedem gerade zeigen, ey Leute, ich bin von mir selbst überzeugt. Ja, das ist richtig. Mann, denke ich, sieht aus, als hätte ich so vier Tage durchgecrackt, Alter. Ey, Kevin, soll nicht böse klingen, aber du siehst aus wie immer. Ja. Ja. Ja.